Hallo Leute und willkommen zum Flop Nummer 1311. Ja, heute zur sehr, sehr früher Stunde. Ich hoffe, ihr habt noch ein kleines bisschen Lust davon, so das kann ich in Irrsinn. Denn ich habe tatsächlich noch einen Themenzettel zusammenbekommen. Ich habe es ja selber kaum für möglich gehalten, aber es war eine gute Entscheidung, den Laptop mit runterzunehmen, beziehungsweise nicht den Laptop, das Themenzettelbuch mit runterzunehmen und meinen Stift vom Themenzettelbuch. Denn so bin ich gar nicht erst hochspaziert nach dem Star Stable Stream und bin dadurch auch nicht in die Verlegenheit gekommen, einzuschlafen. Ich habe mich also hier hingesetzt und den Themenzettel geschrieben, eine ganze Weile jetzt die Nachrichten durchstöbert. Und ich glaube, wir haben eine relativ bunte Mischung. Wird jetzt kein ganz so langer ausatmender Vlog, eher so ein Flöckchen. Da haben wir heute schon einiges gemacht. Wir haben eine Eilmeldung heute Nachmittag gehabt, die ziemlich wichtig ist thematisch. Also so von wegen, was die Schuldenbremse noch wert ist. Wir waren vorhin zwei, drei Stunden, irgendwie so um die drei Stunden gemeinsam ein bisschen in die Sau rauslassen bei Star Stable Online, also unseren Community-Ausritt. Aber um den Samstag, mittlerweile Sonntag, ein bisschen abzurunden, darf natürlich auch der Blick zur Hampel nicht fehlen. Und was soll ich euch sagen? Absurder wird es heute nicht. Das will ich noch nicht beschreien, weil wir sehen uns ja nachher nochmal. Also will ich nicht ausschließen. Wir legen direkt los, damit ihr dann irgendwann ins Bett kommen, so ihr denn wollt. Oder aber noch eine Runde SSO weiter spielen könnt oder was futtern könnt. Das muss ich gleich noch tun. Wir gucken uns als erstes eine Meldung vom Tageslügel an, die meinem subjektiven Empfinden nach ein bisschen, ein bisschen, ja, irreführend geschrieben ist. Das mag jetzt Geschmackssache sein, aber der Tageslügel berichtet von einem Eklat beim linken Parteitag. Da ist nämlich der Bijan Tawassoli, ich weiß nicht, ob man seinen Namen so korrekt betont, das macht irgendwie jeder anders, mal ist es Bijan, mal Bijan, also der B-I-J-A-N, kennt ihr wahrscheinlich von Twitter, der hat kandidiert als Gegenkandidat zu einem der linken Chefs für den Europawahlkampf, hat am Ende auch zwei Prozent bekommen, hat aber seine Rede für was anderes genutzt. Also ganz so ernst gemeint war die Kandidatur nicht. Er hat nämlich die Redezeit, während der Listenaufstellung für die EU-Parlamentswahl, hat er genutzt, um mit der Linkspartei abzurechnen, und zwar so richtig. Das hat es in sich. Nun teilt der Tageslügel mit, dass er die Partei auf offener Bühne beschimpft hätte. Und was hat er noch gemacht? Und er hätte ja Lurbeshymnen auf Sarah Wagenknecht gesungen. Also ich habe mir seine Rede angehört. Hat er unter anderem bei Twitter auch publiziert. Wirkt auf mich sehr authentisch. Und ich kann da nicht erkennen, dass er da jemanden beschimpft hätte. Ja, wie gesagt, subjektive Meinung. Das empfindet vielleicht jeder anders. Und die Schneeflöckchen von der Linken, für die ist das vielleicht eine Beleidigung, wenn man ihnen nur einfach ein Stück weit einen Spiegel vor das Gesicht hält. Denn Herr Bitschern hat einfach nur über seine Erfahrungen gesprochen. Er sprach davon, dass er es, oder nicht nur er, sondern auch andere Abgeordnete, die mit unter der Partei jetzt den Rücken gekehrt haben, mit Sarah Wagenknecht, dass die Mobbing erfahren haben, Ausgrenzung erfahren haben. Dass es da durchaus einen sehr, sehr komischen, sehr, sehr komischen Zeitgeist in dieser Partei gibt. Er sprach vom SED-Geist, der nach wie vor vorhanden ist, den zwar ein, ich glaube, Gregor Gysi hat er angesprochen, versucht hat auszumerzen, aber das hat offensichtlich nicht allzu gut gelungen, nicht allzu gut funktioniert. Und er hat weiter angesprochen, dass die Dame, die nun auf dem zweiten Listenplatz für die EU-Wahl sitzt, die da meiner Meinung nach den Schlepperdampfer fährt, offiziell ist es ja kein Schlepperdampfer, so ist es da ja, ich weiß nicht, was es ist, vielleicht ist es Kühlschrank, kann ja sein, dass der Schlepperdampfer sich als Kühlschrank identifiziert, das darf man ja nicht anzweifeln. Naja, die, die mit dem Kühlschrank über das Mittelmeer fährt, die sitzt nun auf Listenplatz Nummer 2 für die Linken. Glückwunsch. Da hat der Habitschein auch darauf hingewiesen, dass es doch etwas merkwürdig anmutet, wenn sich die Dame da potenziell ihre eigene Wählerschaft ins Land holt. Also wenn die anderen Wähler weglaufen, dann holt man sich eben neue. Also so im Prinzip hat er seine Rede gehalten, relativ kurz, geht nur zwei Minuten, der Videoclip, die haben ja nur eine begrenzte Redezeit, aber er hat einmal zum Rundumschlag ausgeholt. Allerdings alles auf einer sachlichen Ebene. Er ist niemanden unter der Gürtellinie angegangen und hat das meiner Meinung nach ziemlich gut zusammengefasst. Und ich habe von dieser Partei zum Glück nicht ganz so viele interne Einblicke, ich kann die nämlich nicht aufstehen, das wisst ihr, aber von dem, was man so mitkriegt, was da abging, wie da gehetzt wurde gegen Mitglieder, mittlerweile Ex-Mitglieder, die gewisse Parteidogmen nicht mehr öffentlich vertreten wollten. Ich glaube, das hat so ziemlich jeder mitgekriegt, der ein klein wenig Nachrichten liest. Und dahingehend kann ich die Erfahrungen von den Bitschern absolut nachvollziehen. Auch wenn man sieht, wie er auf Twitter mitunter angegangen wurde in den letzten Monaten und Jahren. Er hat nämlich was ganz Böses gemacht. Er hat sich, how dare you, als Frau definiert. Und zwar als muslimische Frau. Mit Vollbart. Und hat da unter anderem auch Frauensaunen besucht und ist da auch mal so in die Diskussion gegangen, warum wird ihm denn jetzt verweigert, dass er eine Frau sein darf. Und zwar von seinen Parteikollegen. Ich finde den Typen total genial. Bin mir manchmal nicht ganz so sicher, ob das jetzt Satire ist oder ob er das ernst meint. Ich glaube, es geht eher in Richtung Satire, aber ist auch relativ wurscht. Er hat auf jeden Fall über Jahre hinweg was Spannendes gemacht, nämlich den Pseudomoral-Aposteln, den angeblich ach so Toleranten, gezeigt, wie tolerant sie wirklich sind. Nämlich gar nicht. Ist auch lange mit Kopftuch rumgelaufen, mit seinem Rauschebart unten durch. War auch in diversen YouTube-Interviews zu sehen. Er hat das auch wirklich alles sachlich begründet. Es ist jetzt nicht so, dass der irgendwie einen Kasper raushängen gelassen hat. Nee, ich fand den ziemlich interessant, so vom Typen her. Und das hat ihn Hass der Linken eingebracht. So richtig. Also die haben den da teilweise zur Sau gemacht bei Twitter, da kannst du dir nicht ausdenken. Die Toleranten wohlgemerkt, weil er mit Bart sich weiblich fühlt. Das ist doch eigentlich genau das, was die Linken befeuern wollen. Und man darf sich doch nächstes Jahr so aussuchen, was man sein will. Egal, ob Bart oder nicht. Aber das mag jetzt etwas Doppelmoral sein, die mir da aufgefallen ist. Das kann sein, dass das der Linken weniger auffällt. Ja gut, da ist ja eben das eine das eine und das andere das andere. Wenn ein unliebsames Mitglied sich plötzlich umdefiniert, dann ist es böse. Wenn sie sich aber selber plötzlich umdefinieren, dann ist es gut. Muss man nicht verstehen, aber das scheint so deren Logik oder deren Vorgehensweise zu sein. Und der hat nun auf der Bühne ordentlich ausgeteilt und hat gleichzeitig seinen Parteiaustritt bekannt gegeben. Er hat nämlich gesagt, er macht da nicht mehr mit. Das ist nicht das, wofür er da eingetreten ist. Ich teile da politisch sicherlich nicht allzu viele Positionen mit ihm, aber ich kann da schon nachvollziehen. So wie die mit dem umgesprungen sind, natürlich hat er einen Kanal voll. Und nun berichten die Medien, dass er geschimpft hätte und so der Böse. Also sie versuchen, ihn runterzumachen. Also ich kann euch nur empfehlen, guckt euch die Rede selber an. Macht euch, zieht ein eigenes Fazit raus und versucht rauszufinden, wo er da bitte jemanden beschimpft haben soll. Schwer zu finden. Er selber beklagt auf seinem Twitter beziehungsweise heißt er jetzt X-Account weiterhin, dass seine Rede wohl in diversen Medien ausgefiltert wurde. Das zwar über seine Rede berichtet wird, aber im Gegensatz zu anderen Redebeiträgen, das kann ich jetzt nicht verifizieren, weil ich habe den Parteitag jetzt nicht live verfolgt, im Gegensatz zu anderen Redebeiträgen ist seiner wohl nicht live ausgestrahlt worden. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob ihr das live mitbekommen habt, aber das ist das, was er auf Twitter nun ein bisschen beklagt, kann man sagen und er erinnert an DDR-Moral. Schaut euch seine Rede an und vergleicht das mit dem Bericht vom Tageslügel. Ich bin sehr gespannt, was er nun künftig machen wird. Ich vermute, dass er dann bei Sarah Warnklecht mitmacht, aber auch die Reaktion auf den Parteitag ihm gegenüber, die hat Bände gesprochen. Es ist noch nicht mal relevant, was er nun gesagt hat, aber wie die anderen mit ihm umgesprungen sind, das lässt ziemlich tief blicken. Und da sieht man wieder, wie weit es mit der Toleranz und der angeblichen moralischen Überlegenheit dann in Wahrheit her ist. Ja, kann man dem Herrn Tawassoli nur viel Glück wünschen. War sicherlich die einzig richtige Entscheidung, diese Trümmer-Truppe hinter sich zu lassen. Und dann schauen wir mal, wann der nächste Eklat von diesem, naja, von diesem toten Pferd kommt, denn was anderes ist es nicht. Also, haben keine Bundestagsfraktion mehr, die Wähler laufen ihn auch weg und es ist absolut absehbar, dass die neue Konkurrenz von Sarah Warnklecht wohl mal das letzte bisschen politischen Zuspruch auch noch von ihnen wegtransformieren wird. Ja, Sarah Warnklecht hat ja schon überlegt, mit denen zu koalieren, das macht es dann weniger schön, das ist dann eben so nix halbes und nix ganzes, aber die rudern und zwar richtig heftig. Da geht es um viel, viel Geld, was da auf der Kippe steht und die sind ein bisschen angefressen. Aber das wird uns noch eine Weile begleiten, wie gesagt, spätestens im Januar, wenn dann die offizielle Parteigründung stattfindet. Jetzt gucken wir uns aber die nächste Nachricht an. Und die führt uns zu, das ist jetzt zwar schon eines der großen Tagesthemen, aber das greifen wir jetzt mal auf, weil es da zwei Artikel zu gibt. Und zwar einen vom Deutschlandfunk. Das ist fast noch der harmlose. Wir hatten ja über den Taliban, naja, Ex-Minister gesprochen, der, der offensichtlich völlig unbehelligt nach Absurdistan einreisen konnte und nicht nur das, der auch noch in Köln eine politische Propaganda-Veranstaltung inszeniert hat. In Afghanistan wurde es praktisch als Staatsbesuch gefeiert, als wäre das was hochoffizielles. Gut, macht in dem Tag ein Togba-Land dann auch keinen Unterschied mehr. Aber das wird da ziemlich groß vermarktet, offenbar. Und im Anschluss hat sich jeder die Frage gestellt, wie konnte das denn überhaupt passieren? Kleiner Spoiler, wusste keiner was von irgendwas, aber das ist das Tagesthema. Erst der Deutschlandfunkartikel. Nun räumt nämlich der DITIB-Verband ein, also denen die Räumlichkeiten gehören, die an den Taliban-Propagandisten vermietet haben. Die räumen nun Fehler ein. Ah, was haben sie denn falsch gemacht? Mutmaßlichen Terroristen offen sprechen lassen und um Anhänger werben lassen? Könnte das ein Fehler sein? Ach nein, das war nicht der Fehler. Sie wollen ja nach wie vor nichts davon geahnt haben, was denn in ihren Räumen da so abgeht. Ja, kann man ja mal übersehen. Sie haben aber fälschlicherweise wohl einen falschen Kulturverein angegeben als Mieter dieser Räumlichkeiten. Der, der auch medial durchaus kommuniziert wurde, dem davon wohl ein Schaden entstanden sein soll, das kann ich mir vorstellen, wenn er wirklich unbeteiligt ist, der hat nun laut Aussage dieses DITIB-Verbands angeblich gar nichts damit zu tun. Also wie kann man denn, wenn man einen Vertrag über eine Raumvermietung abschließt oder Raummietung abschließt, wie kann man denn nicht wissen, mit wem man den abschließt? Das steht doch drauf. Also irgendwie klingt das für mich wenig glaubwürdig. Wenn die sich jetzt hinstellen und sagen, ach so, ja, wir haben da einen versöhnlichen Falschenverein angegeben, die haben wir gar nicht vermietet, die haben ja damit gar nichts zu tun. Aber das war ja ein ganz anderer Verein. Ähä. Und mit wem genau habt ihr dann den Vertrag geschlossen? Mit einem kleinen grünen Kobold? Pumocke? Frau Holle? Nikolaus? Das ist doch lächerlich, das ist doch lächerlich, oder? Naja. Gesetzt dem Fall, dass der Verein, der nun durch die Medien gezerrt wurde, wirklich nichts dafür kann, ja, dann ist es natürlich ein Skandal, dass sie denen da jetzt in die Schuhe schieben wollten, mutmaßlich, dass die da einen Terroristenminister rangezerrt haben. Aber das kann mir doch keiner erzählen, das doch stimmt. War ja sowieso schon etwas dubios mit diesem Mietvertrag für den Raum, da hat man ja dann handschriftlich noch ein Passes drunter gehabt, dass da keine politischen Veranstaltungen stattfinden dürfen. Ja gut, den kann aber da jeder im Nachgang noch runtergeschrieben haben, damit man den Medien irgendwas präsentieren kann. Vielleicht ist der ganze Vertrag von vornherein getürbt gewesen, wer weiß das schon so genau. Aber jetzt gucken wir uns die relevantere Meldung an. Denn, auch wenn man diesen DITIB-Verein mit seinem Organisationschaos völlig links liegen lässt, bleibt ja trotzdem noch die Frage, wie kann es denn sein, dass ein Ex-Minister eines totalitären Terrorregimes einfach mal nach Absurdistan eingereist kommt, um hier auf Stimmenfang zu gehen, was anderes, oder auf Dummfang, ich glaube, das passt besser, auf Bauernfang. Und jetzt festhalten, wir wissen ja schon, dass das Innenministerium nichts wusste. Die haben ja da überhaupt keine Info zu gehabt. Ja, wen wundert das jetzt? Ich denke, das hätten wir gar nicht wissen müssen, um drauf zu kommen, dass das Innenministerium nichts wusste, oder? Es wird aber noch besser, denn auch der Verfassungsschutz, übrigens sieben Kilometer Luftlinie weg von diesem DITIB-Veranstaltungsort, der Verfassungsschutz hat das auch nicht mitbekommen. Die waren vielleicht gerade damit beschäftigt, bei Oma Inge in der Vorratskammer die Ravioli-Dosen zu zählen. Ich weiß es nicht, aber möglicherweise. Die haben also auch nicht mitbekommen, wer sich eigentlich so in dem Land hier auffällt. Und jetzt ratet mal, ja, steht ja im Titel, aber ratet mal, wieso sie das nicht mitbekommen haben. Wegen einer Verschwörungstheorie. Ganz, ganz sicher nur eine Verschwörungstheorie. Wegen den offenen Grenzen. Das könnt ihr nachlesen bei der Bild-Zeitung. Die haben auf der einen Seite mitgeteilt, dass weder Innenministerium noch Verfassungsschutz da Ahnung von hatten. Und man kann aber nun langsam rekonstruieren, wie der Taliban-Exminister ins Land gekommen ist. Der war nämlich wohl auf einer WHO-Veranstaltung in Holland. Was hat er denn da zu suchen? Das mag ich gar nicht so genau wissen, denke ich. Und er ist dann kurzerhand, mutmaßlich mit einem fetten BMW von Holland herübergedieselt oder was auch immer das Ding da nur frisst, weiß ich nicht, kann auch Benziner gewesen sein, ist auch Schnutz. Auf jeden Fall ist er wohl von Holland aus einfach über die offene Grenze gefahren, um dann in Köln seine politische Propaganda-Veranstaltung zu halten. Die DITIB-Veranstalter oder Vermieter wussten angeblich nicht, an wen sie da vermieten. Das Innenministerium hat nicht mitgekriegt und der Verfassungsschutz war auch anderweitig beschäftigt. Und das ist noch nicht alles. Denn, das ist auch noch völlig legal, was er da gemacht hat. Es wird noch abstruser. Er steht nämlich aktuell auf keiner Sanktionsliste. Und jetzt ratet mal, warum nicht? Könnt ihr in der Bild nachlesen. Das hat das Außenministerium vergessen. Das ist kein Witz. Das ist auch wirklich, das ist kein Witz. Das Außenministerium wäre wohl zuständig gewesen, solcher Leute, die da in irgendwelchen totalitären Regimen, in irgendwelchen Steinzeit-Diktatoren stehen auf, entsprechende Sanktionslisten zu setzen, damit die eben nicht einfach einreiten könnten, um dann hier ihre politische Show abzuziehen. Das Innenministerium hat nichts gewusst. Der Verfassungsschutz ist zwar auch nicht informiert. Ja, von wem auch, weil so die müssen eigentlich, das sind die, die dafür zuständig sind, so etwas rauszufinden. Wer soll die denn bitte informieren? Vielleicht die Taliban persönlich. Und das Außenministerium hat es vergessen, ihn auf die Liste zu setzen. Beziehungsweise sie haben es ja nicht gemacht. Vielleicht haben sie es ja auch nicht vergessen. Vielleicht haben sie sich nur nicht mehr daran erinnert. Das kann ja sein. Oder vielleicht haben sie es gewusst, aber es nicht gemacht. Oder sie haben es gewusst und es nicht gemacht. Oder sie dachten, sie haben es vergessen. Kann alles sein. Oder sie haben gedacht, sie haben es schon gemacht. Ich weiß es nicht so genau. Es ist ja das Ministerium vom kleinen Kobold. Das erinnert mich so etwas an das Haus, das verrückt gemacht. Also passiert eine A38. Ich vermute mal, so ähnlich arbeiten sie da. Naja, vielleicht hat man im Innenministerium oder im Außenministerium bisher ja auch angenommen, dass er mit der Taliban gefahren kommt. Das kann ja alles sein. Aber Fakt ist jedenfalls, es ist einfach nur wahnwitzig, oder? Marschiert darauf. Keiner will wissen, warum er in dem Raum überhaupt aufmarschieren konnte. Hat keiner mitgekriegt. Und dann fährt er wieder heim. Absurdes Teil einer Nussschale. Und diese Leute, die nicht mitbekommen, wenn einer der arigen Politiker eben jenes totalitären Regimes hierzulande Ringelpiez mit anfassen spielt, die wollen uns erzählen, sie wüssten, wer sich in dem Land auffällt und wer nicht. So zwecks illegal und so. Aha. Also Verzeihung, aber lieber Hampel, eure Institutionen wissen noch nicht mal, wenn sich irgendwelche, naja, mutmaßlichen Terroristen hier aufhalten. Na gut, das ist jetzt nicht die allerneuesten Nachricht, oder? Naja. Ich hab ja gesagt, irren wird's heute nicht mehr. Aber vielleicht eben doch. Du, Mike, also frag mal die Leute, die unter der Taliban-Herrschaft leben, ob die da so süße, flauschige, flauschige Friede vor der Eierkuchen-Demokraten sind. Frag mal besonders die Frauen, die finden das immer nicht so geil. Also, wenn man da so der, in der Arie der Politik sitzt, ein Ex-Minister ist und seine sechs Frauen da zu Hause einsperrt, da kann man da sicher ganz gut leben. Aber frag all jene, die da nicht mitmachen wollen, ob die da gut leben können. Kleiner Spoiler, können sie nicht. Entweder sie werden abgemurkst, weggesperrt, verprügelt, alles was eben so dran hängt. Und ja, das sind Terroristen. Die terrorisieren nämlich ihre eigene Bevölkerung. Und das hat nichts mit Westen oder sonst was zu tun. Alleine die, in Anführungszeichen, Gesetze, die sie da durchpeitschen. Menschenverachtend ohne Ende. Aber hey, ist eben so im Gottesstaat. Möchte man hier ein absurdes Tanja auch gern haben. Und jeder, der solche Leute verteidigt, dem würde ich empfehlen, einfach ein kleines Flugticket zu buchen. Und dann kann er sich das ja anschauen. Ja, Mike, du hast einen Kollegen aus Afghanistan, einen richtigen Mann. Frag mal die Kollegin aus Afghanistan. Ah ne, hast du nicht, die darf ja nicht arbeiten. Also, kommt eben ein bisschen auf den Standpunkt an, ne? Und dann frag mal den Kollegen, ob seine Töchter frei entscheiden können, in Afghanistan, wie sie leben möchten. Und was passiert, wenn sie nicht das tun, was sie offiziell machen müssen? Wenn sie ausstehen, wenn sie zum Beispiel arbeiten gehen wollen, sich selber suchen, mal einen Winzer heiraten wollen, vielleicht sogar gar keinen heiraten wollen, der da von der Verwandtschaft angeschleppt wird, kein Kopftuch aufsetzen wollen. dann frag mal, dann frag mal, ob das akzeptiert werden würde. Und was die Konsequenzen daraus wären. Und dann reden wir nochmal drüber, ob das Terroristen sind. Aber jetzt kommen wir erstmal zur nächsten Nachricht. Da haben wir, na, was nehmen wir denn? Wir gucken uns einen Bericht aus der Bild-Zeitung an, der nochmal die Thematik Hobby Sultan aus der Türkei aufgreift. Der ist mittlerweile wieder zu Hause, hat ja auch für genügend Wirbel hierzulande gesorgt. Also ein Haufen Kosten, weil da die ganze Stadt abgeriegelt werden musste in Berlin. Trangsalierte Anwohner, die teilweise nicht mal nach Hause fahren konnten, weil sie nicht parken durften, weil sie beim Aufeln nicht rein durften in die Sperrzone, die fast schon auf Erbarmen angewiesen waren, um ihre Wohnung verlassen zu dürfen. Also es ist wirklich, meiner Meinung nach, völlig überzogener Schwachsinn, was in Berlin regelmäßig abgezogen wird, wenn da irgend so Europi Sultan oder ähnliche Konsorten eingeritten kommen. Und wir haben ja durchaus auch öfters mal den Fall, dass die Hampel gerne zu Kreuze kriecht. Das hat man in Katar ganz gern gemacht, Pendlerpauschales Bückling und Senilus sieht man ja auch an der Körpersprache, wer da die Hosen anhat, wenn er da mit Erdogan posiert. Das ist nicht der Senilus, ohne das jetzt böse zu meinen, aber man sieht es den beiden einfach an, wer da das Sagen hat. Und so muss man auch nicht davon ausgehen, dass der Türken Sultan unseren Senilus irgendwo ernst nimmt. Tut er nämlich nicht. Die BILD berichtet, einen Tag nach dem Gipfel mit ihm hat der Erdogan in der Türkei wieder gegen Absurdistan gehetzt. Also es war wirklich nicht ganz so nett, was er da erzählt hat, aber die Formulierung fand ich geil. Also da habe ich wirklich ein bisschen lachen müssen. Ich kann es verstehen, dass man Senilus nicht ernst nimmt. Ich nehme ja auch nicht ernst. Also das kann ich dem Erdogan nicht anlasten, auch wenn viele andere Sachen sind, die überhaupt nicht ausstehen kann. Das wisst ihr ja. Ich bin nicht so der Außenwahnfreund, aber gut, das hat ja nun auch historische Gründe. Also lange Rede, kurzer Sinn, ich bin eigentlich überhaupt kein Freund von Erdogan. In keinster Weise. Aber ich finde es witzig, was er übern Senilus rausgehauen hat. Er sprach davon unter anderem, dass das, was Absurdistan eben so tut, das wären Kreuzritter-Imperialisten unserer Handel. Und da hat er unter anderem vom Grüßaugust, vom Steinmeier berichtet, auf den das Zutritt, was er bei seinem Gipfel festgestellt hat. Und Zitat. Und bei dem anderen auch. Also er hat die Kreuzritter-Imperialisten-Züge beim Steinmeier, er kann ja bei dem Grüßaugust erkennen wollen. Und dann hat er noch so Sonnab hinterher gesagt, und bei dem anderen auch. Ja, der andere ist übrigens Senilus. Das ist geil, oder? Also ja, es ist ein bisserl gemein. Aber da sieht man einfach, was die von dieser Handel halten. Und das kann ich Ihnen nicht verübeln, weil das ist ja jetzt nicht ganz unbegründet. Aber so mal auf diplomatischer Ebene betrachten. Ja, ja, bei dem Bundespräsidenten und bei dem anderen auch. Senilus ist der andere auch. Ja, Senilus, da weißt du, was deine Stellung da unten ist, ne? War vielleicht mal notwendig. Ansonsten ist ja bekannt, dass Erdogan durchaus ein gewisser Hammer-Sympathisant ist. Das denke ich jetzt auch nicht als überraschend, dass man religiöse Gründe haben. Aber es ist doch schön, wie da jetzt medial sich schockiert gezeigt wird. Ist das nicht geliefert wie bestellt? Also hat jemand was anderes erwartet? Ich für meinen Teil nicht. Warten wir mal ab, wann die nächste Lächerlichkeit kommt. Und ich weiß, das ist fies, wenn ich hier so zynisch lachen da sitze. Aber ganz ehrlich, das, was die Hampel seit Jahr und Tag, seit sie in der Regierung ist, verbockt. Wirklich für reale Schäden sorgt, die letztlich wir alle auszubaden haben. Denn wenn man sich so die gestiegenen Kosten anschaut und so das mit dem Haushaltsgeld vergleicht, was man vor zwei, drei, vier Jahren verbraucht hat pro Monat oder gebraucht hat pro Monat und das jetzt in Verhältnissen mit dem, was man jetzt braucht für die gleichen Ausgaben, also nicht die gleichen Ausgaben, aber für die gleichen Sachen und die Höhe der Ausgaben hat sich eben geändert, ja dann ist da ein spürbarer Unterschied vorhanden. Heißt also, die Hampel stürzt nicht nur die Wirtschaft ins Chaos und zerstört die Energieversorgung, sie zerstört auch millionenfach Existenzen und sicherlich auch viele persönlich Bekannte von uns. Es ist ja eine Frage der Zeit, wie lange die, die aktuell noch nicht akut bedroht sind von dem Hampelirrsin, wie lange die sich das noch leisten können. Wann es denn bei denen auch anfängt knapp zu werden. Das ist nicht eine Frage nach einem Ob, sondern die Frage nach einem Wann. Und in so einer politischen Situation, also es tut mir leid, da habe ich für ein, der Lächerlichkeit preisgeben von Politikern wirklich kein Mitleid übrig. Überhaupt nicht. Wenn das jetzt Leute wären, die sich den Arsch aufreißen, damit es dem Land besser geht, die sich den Arsch aufreißen, damit irgendwas noch gerissen wird, damit man den Schaden, den man selber verursacht, vielleicht wieder rückabwickelt, okay, dann würde ich hier nicht sitzen und mich über sie lustig machen. Dann würde ich das auch anerkennen und sagen, ja, dann machen Sie mal was Sinnvolles, haben Sie halt ein bisschen Einsicht gezeigt. Aber es ist ja das Gegenteil der Fall. Wir sehen es ja jetzt, als soll die Schuldenbremse ausgesetzt werden. Und das zieht sich ja so durch. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass die Hampel jemals irgendwas Sinnvolles gemacht hat. Also erst machen Sie was kaputt und dann verteilen Sie Geld, um das wieder, naja, so Pseudo aus dem Dreck zu ziehen, die Kaffe. Nur dann ist es eben zu spät. Und das ist seit zwei Jahren mittlerweile der Fall. Und ich denke schon, dass die meisten es mir gönnen werden, wenn ich über solche Leute dann auch wirklich ohne schlechtes Gewissen lache. Habe ich nämlich tatsächlich nicht. Ich mag jetzt böse und gemein sein. Ich weiß, das macht man nicht. Man macht sich nicht über andere Leute lustig, aber ich mache mich ja nicht drüber lustig, weil sie nie los eine Glatze hat oder sowas. Ich mache mich ja drüber lustig, weil da gewisse politische Sachen im Hintergrund eben für so viel Leid und Unrecht in diesem Land besorgt haben. Und er es meiner Meinung nach, also er meiner Meinung nach, Hohn und Spott dafür als Antwort drauf verdient hat. Also es ist jetzt zumindest nicht so, dass es irgendwie vom Himmel gefallen wäre. Es ist jetzt nicht so, dass da jemand für irgendwas gemobbt wird, wofür er nichts kann. Aber wenn er dann öffentlich vorgeführt wird, auf so einer großen Bühne, ja dann habe ich da wirklich kein Mitleid mit. Und das mag man mir jetzt übel nehmen, aber ich denke, viele von euch werden das nachvollziehen können. Wäre was anderes, wenn man auf einen Politiker so, in Anführungszeichen, losgehen würde, ihn so, naja, Arschlochhaft behandeln würde, der wirklich versucht, was zum Positiven zu wenden. Und nicht einen, der nicht mehr weiß, wo er welche Million hingeschoben hat und wann er sich mit welchem Bankchef zusammengesetzt hat. Genau, Bobo Mir, ich mache mich über das Verhalten lustig. Also noch nicht mal über das Verhalten vom Seninos, weil das ist nicht lustig, das ist de facto eine Katastrophe für dieses Land. Wahrscheinlich eine der größten seit Bestehen dieses Landes. Ich mache mich über das Verhalten lustig, was andere ihm entgegenbringen. Und das ist in dem Fall eben der Hobby-Sultan und der ist nur wirklich kein Freund von mir. Aber selbst das finde ich mittlerweile auf einer sehr zynischen Ebene lustig. Und ihr sicherlich. Och, oder mehrere von euch. Jetzt schauen wir aber die nächste Nachricht an, die ist weniger lustig leider. Die bringt uns nämlich zur FAZ. Und es geht mal wieder um ein Thema, ja, das haben wir jetzt schon, ich weiß nicht, wie oft besprochen. Ich hoffe, es hängt euch noch nicht zum Hals raus oder quillt euch aus den Ohren oder so. Falls es euch aus den Ohren rauskommt, ihr gebt so einen Trick, das sagt mein Vater immer, Füße waschen, dann rutscht ich da direkt nach. Das geht, glaube ich, auch bei Ohren ganz gut. Muss ich doch, ne, ich habe gebadet, ich muss gerade meine Füße nicht mehr waschen. Aber so grundsätzlich, wenn euch die Nachricht zum Ohren rauskommt, dann einfach mal so ein bisschen schrumpen und dann vielleicht rutscht es wieder nach. Ja, nicht ernst gemeint, aber ich denke, ist klar. Bei dem ganzen Wahnsinn muss man es zwischendurch ein bisschen aufheitern. Also auflockern, sonst kriegt man ja nicht zu viel. Dann macht es auch keinen Spaß, darüber zu reden. Gucken wir uns aber jetzt die Nachricht an, denn die ist leider traurig genug. Jetzt schätzen Ökonomen, dass die Gastronomiepreise um 10% steigen werden in dem Land. Und ja, das hängt natürlich damit zusammen, dass man die Mehrwertsteuer wieder anheben möchte von 7 auf 19%. Spannend ist aber die Berichterstattung darüber. Das Thema an sich, ja, Katastrophe für die Gastronomie. Denn die sind eh schon gebeutelt. Gibt es das? Gibt es die Bezeichnung? Ich glaube, ja. Manchmal bin ich mir nicht ganz so sicher. Da habe ich einige Worte so grob im Hinterkopf, dass ich die mal gehört habe. Aber ob sie dann wirklich existieren, das ist manchmal nicht so. Nicht so klar, aber ich glaube, gebeutelt gibt es. Die sind in drei Jahren Zombie schon in vielen Fällen fast kaputt gemacht worden. Aktuell, aufgrund der wirtschaftlichen Lage, sieht es auch nicht so rosig aus. Und wenn die Preise jetzt noch um 10% ansteigen, ihr kennt die Restaurantpreise in Absurdistan, wer soll sich das doch noch leisten können? Also ist sie ja jetzt schon kaum noch bezahlbar. Und wir reden hier sowohl von Imbissbuten als auch von Sternerestaurants. So ziehe nicht alles. Und die 10% sind sehr konservativ geschätzt. Ich gehe eher von deutlich mehr aus. Die 10% vielleicht kausal auf die Mehrwertsteueranhebungen zurückzuführen, ja. Aber kommen ja noch ein paar neue Steuereanhebungen ab nächstem Jahr dazu. CO2 und den ganzen Waren sind das treibt die Preise weiter. Also eher so Minimum 10% deutlich drüber, befürchte ich. Spannend ist aber, dass die FAZ nun berichtet, dass viele Ökonomen das Ende der Subventionen begrüßen. Und da habe ich wirklich gegoogelt. Und habe mich dann durch Wikipedia gelesen. Und noch ein paar andere Definitionsseiten. Und habe mal nachgeschaut, was sind denn Subventionen? Ich hatte grob Verdacht, aber ich war mir echt nicht sicher. Ich bin ja nun kein Wirtschaftsexperte. Habe zwar schon ein Kinderbuch geschrieben, aber Wirtschaftsminister bin ich nicht. Deswegen musste ich mich da ein bisschen belesen. Und dabei ist mir dann aufgefallen, genau das, was ich vermutet habe. Eine Subvention ist so eine Art Finanzspritzer, also ein Zuschuss. Wenn also Geld an etwas gegeben wird. Wenn sich eine Hampel beispielsweise hinstellt und 60 Milliarden an irgendeine Lobbyfirma verscheuert. Das wäre dann eine Subvention. Also ein Zugewinn an Geld, der von außen künstlich mittels Eingriff in den Markt bewerkstelligt wird. Problem ist aber, die Senkung der Mehrwertsteuer ist keine Subvention. Da kommt nämlich kein Geld künstlich außen rein. Die Gastronomie hat kein Geld von der Hampel bekommen. Die Senkung der Mehrwertsteuer heißt lediglich, dass sie weniger Abgaben haben. Also weniger von ihrem Geld weggeben müssen. Subvention ist aber ein Zugewinn. Also was, was oben drauf kommt. Nicht was, was weniger weggeht. Weiß man bei der FAZ vielleicht nicht? Wenn wir hier Wirtschaftsexperten haben und ich euch jetzt Mist erzähle, korrigiert mich, aber das ist genau das, was ich gelesen habe. Und das deckt sich auch mit meinem Bauchgefühl von Anfang an. Denn das war das Erste, was mir in dem Artikel aufgefallen ist. Die angeblichen Subventionen. Ja, aber jemandem etwas weniger wegnehmen, das ist keine Subvention. Zumindest nicht nach hiesigen Definitionen. Ich habe mir auch Beispiele angeschaut. Was sind denn Beispiele für Subventionen? Also wirklich Geld, was gegeben wird, irgendwelche Dividenden, ne, Dividenden hieß das nicht. Also wirklich immer, wenn jemand etwas bekommt, was er vorher nicht hatte. Aber nicht, wenn jemand etwas behalten darf, was ihm gehört eigentlich. Aber schön, dass man das medial jetzt als Subvention verkauft. Das klingt ja gleich viel freundlicher. Also wenn man jetzt medial drüber reden würde, dass Ökonomen es befürworten, wenn jemand stärker abgezockt wird, dann verkauft sich das ja nie so gut. Klingt besser, wenn man sagt, ja, diese Subvention, die Leute laufe ja aus. Und dann gab es auch noch so findige Ökonomen, die das geil finden, weil ja angeblich nur die Besserverdiener betroffen sind. Denn die Geringverdiener können sich ja eh keine Gastronomie leisten. Also liebe Ökonomen, ich habe langsam den Verdacht, dass der befragte Experte vielleicht der Peltlerpauschale gewesen sein könnte. Das wäre eine Erklärung. Aber liebe Ökonomen, es geht jetzt grundsätzlich erstmal nicht darum, wer sich ein Restaurantbesuch leisten kann. Und auch hier wieder auch eine Pommesbude an der Ecke gehört da dazu. Die sind nämlich genauso betroffen. Es geht nicht darum, ob da Besserverdiener essen, Normalverdiener, Geringverdiener oder sonst was. Es geht darum, dass die Gastronomie nur überleben kann, wenn sie Kunden hat. Für die Gastronomie ist es egal, aus welcher Gehaltsklasse die Leute kommen. Das ist nämlich von Etablissement zu Etablissement verschieden. Sicher, im Sternerestaurant am Kurfürstendamm essen andere Leute als in irgendeiner kleinen, kleinen Eckkneipe. Klar. Aber alle beide, ob nur das Sternerestaurant oder die kleine, die kleine Imbissbude, sind auf Kunden angewiesen, die gemäß ihrer entsprechenden Preiskategorie oder Preisklasse dann auch schauen müssen, ob sie sich einen Besuch noch leisten können. Und wenn man sowohl die Imbissbude als auch das Sternerestaurant teurer macht, werden alle beide Kunden verlieren. Und zwar viele Kunden verlieren. Die Kunden vom Sternerestaurant werden nämlich nicht plötzlich was günstiger ist zur Imbissbude gehen. Die wenigsten. Und umgedreht schon gar nicht. Heißt also, lieber Ökonomen, wenn Gastronomiepreise mit der Gießkanne jede Branche, die darunter fällt, 10% teurer werden, dann trifft das jeden, der irgendwo in der Gastronomie a. tätig ist oder b. Konsument ist. Hat nichts mit der entsprechenden Gehaltskategorie zu tun. Na klar, würden die Rindverdiener weniger auswärts essen gehen. Na klar, wird jemand, der ein bisschen mehr Geld hat, sich das vielleicht öfters leisten. Logisch. Aber der kleine Eckkiosk, der lebt nicht von Besserverdienern. Der lebt davon, dass viele, viele Leute, die ein bisschen weniger Geld haben, bei ihm vorbeischauen. In den meisten Fällen. Kommt auch drauf an, wo die Lokalität angesiedelt ist. Und wenn die vielen, vielen Leute, die ein bisschen weniger Geld haben, aber dann über die Summe eben doch dafür, über die Masse der Leute dann eben doch dafür sorgen können, dass der kleine Laden überlebt, wenn die wegbrechen, weil die es sich nicht mehr leisten können, gar nicht mehr, dann ist der kleine Laden auch weg. Und das haben die Ökonomie-Experten wohl nicht so ganz verstanden. Also offenbar versucht man nun auch, ob nun bewusst oder unbewusst, fahrlässig oder vorsätzlich oder was auch immer, vielleicht hat man es einfach wieder vergessen, offenbar versucht man jetzt auch, die Gastronomie kaputt zu kriegen. Und die ist ja in Deutschland schon unbezahlbar. Wir haben ja den direkten Vergleich, Sommertour und nicht Sommertour. Ihr saßt ja alle mit mir am Abendbrotstisch und wir haben ja teilweise wirklich in sehr teuren Restaurants gegessen, wo ich dann echt schon manchmal Bukarest geschaut habe, oh Gott, das können wir aber nicht jeden Tag machen, oder das können wir nicht allzu oft machen. Die Sache ist aber, die wirklich extrem teuren Restaurants in Rumänien, die haben so viel gekostet wie hier ein Durchschnittsmenü, in einem normalen Restaurant. Ich habe es euch ja erzählt, als wir letztens Reiterbahn hatten, was es, ich habe es jetzt nicht mehr genau im Kopf, aber ich habe da um die 40 Euro bezahlt für Getränk, also ich trinke ja kein Alkohol, ich habe, glaube ich, zwei Cola und eine Limo oder so getrunken. Ich habe es euch damals aufgeschlüsselt, was ich bezahlt habe. Ein Hauptgericht und Nachtisch. 40 Euro für eine Person. Ist öh. Also richtig öh. Und das war kein Luxusrestaurant. Das war eine Dorfgaststätte. War eine schöne Gaststätte, aber wirklich jetzt nichts, wo man sagen würde, Jaco hob eine Klasse oder so. Ein schönes, bodenständiges Lokal. Also ganz gemütlich, ganz urig. Und da habe ich schon geschluckt. Bei den Preisen. Und das ist in etwa der Betrag, den wir in Bukarest fürs Teuerste bezahlt haben. Also für ein richtiges Luxusding. Es ist ein Unterschied. Ansonsten auf Sommertour Durchschnittspreise ist da so 10, 15 Euro in der Regel mit Getränk. Manchmal auch 20, je nachdem, ob Touristengebiet oder nicht und was ich da gefuttert habe. Und da kam manchmal auch noch Nachtisch mit drauf. Also die Hälfte in Restaurants in Top-Lage. Ja, ist ein anderes Land, schon klar, aber es geht ja einfach nur so um die Relation, damit es eine Vorstellung dafür gibt, wie teuer es hier in Absurdistan tatsächlich schon vor der Mehrwertsteuererhöhung ist. Das seht ihr auch, wenn ihr zur Dönerbude spaziert. Mittlerweile kostet ein Döner 7, 8 Euro. Wenn ihr einen Döner Teller haben wollt, 10, 50 Euro, 11 Euro, je nachdem wo, für Fastfood. Fahrt mal zum Burger King, 13 Euro für ein Menü mit unter. Hm. Für 13 Euro habe ich in Rumänien den Hauptgang mit Getränk gefuttert. Und teilweise noch ein Nachtisch, je nachdem, was es war. Das hat durchaus auch eine, also für mich als Laien, ich bin ja kein Restaurantkritiker, aber das hat durchaus in den allermeisten Fällen auch eine ziemlich gute Qualität gehabt. Wir reden jetzt nicht vom Gulasch oben am See im letzten Jahr. Da müssen wir nicht drüber reden. Teure Touristen schuppen und die halbe Nacht gekotzt, das war weniger geil. Aber ansonsten haben wir ja, ihr saßt ja mit am Tisch, kann man sagen, wenn auch nur digital. Ansonsten haben wir eigentlich immer ziemlich gutes Essen gehabt. Zu sehr, sehr, sehr freundlichen Preisen. Also Hauptgericht 6, 7, 8, 9 Euro. Großes. Versucht mal ein Hauptgericht in Deutschland zu kaufen, ist doppelt, da geht's los. Ach, 17 Euro, 18 Euro, 19 Euro. Außer wenn ihr Nudeln mit Tomatensohle haben wollt. Aber da kann ich mir auch eine Dose aufmachen, das ist mitunter gar nicht so der große Unterschied. Aber naja, lange Rede, kurzer Sinn. Wenn der Wahnsinn durchgeht, wenn man jetzt also das, was eigentlich mal als Entlastung gedacht war, nämlich weniger Abgaben, damit die Unternehmen mehr Kunden bekommen, die die Gastronomie, damit sie irgendwie überleben können. wenn man das jetzt tatsächlich durchboxt, dass man die Abgaben wieder hochschraubt, dazu noch die anderen Abgaben, die steigen ab Januar dazurechnet, dann kann man eins in eins zusammenzählen. Da braucht man nicht mal Taschenrechner, auch wenn man in der Hampel sitzt. Und dann kommt man drauf, das funktioniert nicht. Die Gastronomiebetriebe, die gehen vor die Hunde. Und dann haben wir wieder den kleinen Teufelskreis. Heißt nämlich, wenn die Gastronomiebetriebe oder auch die Industrie, das ist völlig egal, wenn die bankrott gehen, dann ist es nicht nur Futschi Karte und dann produzieren sie halt nicht mehr oder dann servieren sie halt nicht mehr, dann stehen deren Mitarbeiter auf der Straße. So heißt also, die fallen ins Sozialsystem. Das wiederum lebt aber davon, dass es noch Leute gibt, die ihren Lebensunterhalt selbst erwirtschaften, die also Geld reinzahlen. Und zwar einen großen Teil ihrer Existenz mittlerweile. Und wenn das davon immer weniger gibt, aber immer mehr, die darauf angewiesen sind, unverschuldet aufgrund der Handelpolitik in dem Fall. Ja, also es tut mir leid, aber was ist da wohl das logische Ergebnis? Ach ja, dann fallen rosa Einhörner vom Himmel und kacken Regenbogen aus Gold und alles ist toll und jeder hat sich lieb und es regnet Schokomuffins. Nicht wahr? Das ist das Ergebnis, oder lieber Hampel? Genau davon geht ihr aus. Muss ich euch die Realität sagen? Muss ich glaube ich nicht, oder? Haben wir Grünlinge anwesend? Wenn ja, dann mache ich es. Ansonsten würde ich sagen, können wir das Thema erstmal abhaken, bis es da irgendwelche neuen Erkenntnisse zu gibt. Aber ich glaube, das ist so offensichtlich und brauche ich nicht erklären. Wenn das nicht offensichtlich ist, naja, dann weiß ich nicht, ob die Person, die da nicht von alleine draufkommt, die auf dem Kanal so richtig ist, würde ich vielleicht eher sowas empfehlen in Richtung Teletubbies oder so. Das könnte dann leichter zu verdauen sein. Gibt es die Teletubbies noch oder hat man die schon verboten wegen irgendwas? Weil es ist ja rassistisch wegen Dipsy. Naja. Jetzt wollen wir nicht über die Teletubbies reden. Ich glaube, wir sind durch mit den Themen soweit. Ich gucke noch mal kurz nach, aber das dürfte es gewesen sein. Ich habe das Themenbuch schon zugeklappt. Ein bisschen voreilig eventuell. Na, wir hatten den Eklat. Wir hatten, was ist das? Kann ich nicht lesen. Ach doch, das ist der SED-Gas. Das hatten wir auch. Ja, wir sind durch mit den Tagesthemen. Wir können uns dann also zur Nachtruhe begeben. Ach, vielleicht noch eine kleine Ergänzung. Das ist aber wirklich jetzt so Klatschpresse noch hinterher geschoben. Hat keine wirkliche Relevanz. Fand ich nur ganz interessant, denn wir hatten uns ja letzte Teletubbies unterhalten, dass der, ich habe ihn als Schweden bezeichnet, man mag es mir verzeihen, er ist Norweger, dass der norwegische Kronprinz nach Absurdistan geflogen kam und Södolfus leider, dass er das feine Essen verpasst hat, weil er da noch in der Konferenz saß. Ja, blöd, ne? Und der mit dem Linienflieger kam. Was man hierzulande als Politiker mit der Qualifikation Trampolinspringen offenbar nicht hinbekommt, weil angeblich erlaubt das ja der Terminkalender nicht unter Sicherheitsbedenken. Also wenn ein zukünftiger König mit dem Linienflieger fliegen kann, warum kann das dann der hüpfende Kobold nicht? Fragen über Fragen. Jetzt haben wir noch einen anderen Artikel, der auch so ein bisschen in die Richtung geht. So der Vergleich zwischen dem, was unsere Staatsrepräsentanten sind und dem, was in anderen Ländern als Repräsentant arbeitet, ist ja auch Arbeit. Also es ist durchaus recht harte Arbeit mitunter. Die Bunte berichtet nämlich, ja, ist eine tolle Quelle für ein Nachrichtenformat, aber es ist jetzt Klatschpresse. Deswegen nur die kleine Anmerkung. Die Bunte berichtet, dass die Kronprinzessin von Schweden, die Viktoria, aktuell auf Absurdistan-Reise ist, dort in Wiesbaden unter anderem schwedische Unternehmen besucht hat. Die ist diesmal wirklich Schwedin, die ist jetzt nicht die Norwegerin, die ich vertauscht habe. Und sie wurde dort von den Menschen gefeiert, freudig begrüßt, ihr wurden Geschenke überreicht und zwar ohne, dass man da mit irgendwelchen Bussen Parteigenossen ran kann, musste damit das Fähnchen schwenken. Also im Prinzip das Gegenteil von dem, was der Hampel zuteil wird. Die kommt nach Absurdistan und die Leute freuen sich. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass Senilus oder Senilus als Vergleich ist vielleicht ein bisschen schwierig, weil sie ist ja in dem Sinn keine Politikerin, sie ist Repräsentantin, die hat auch nichts zu sagen, politisch gesehen oder wenig. Aber vergleichen wir es mit dem Grüß August. Der hat ja in etwa einen ähnlichen Job. Der soll da winken und für Sympathien sorgen und naja, so ein bisschen die öffentlichen Beziehungen pflegen. Also das ist ja das, was eine Viktoria auch tut. Auch wenn sie so ein bisschen charmanter hinbekommt als der Grüß August. Naja, vergleicht das mal mit dem Grüß August. Ist der jemals in irgendeiner deutschen Stadt bejubelt worden von Passanten, die man nicht dafür hat drangekarrt? Also die nicht vorher extra eingeladen wurden über irgendwelche Parteiveranstaltungen? Kann ich mich nicht daran erinnern. Wenn man so in die Medien schaut, was denn bei irgendwelchen öffentlichen Hampelpolitikern in der Regel für Reaktionen stattfinden, also auch wenn die da irgendwo einmarschieren und da auf öffentlichen Plätzen auftreten, da sieht man selten Jubel und Freude. Und Geschenke? Naja, also eventuell ein Wirtschaftsgrundkurs Lehrbuch für einen Ministernten oder ich weiß gar nicht, was man dem Kobold schenken kann. Eine Powerbank? Kannst du den Strom im Netz speichern? Naja. Das muss ich nicht weiter ausführen, nur so ein kleiner Witz werden. Ich denke, das kam schon so in etwa an. Aber dass die da irgendwo freudig begrüßt wurden von Leuten, die eben nicht extra dafür inszeniert hingesetzt wurden, das kann ich mich nicht daran erinnern. Und jetzt stellt sich die Frage und deswegen reden wir darüber, warum ist denn das so? Warum wird eine Viktoria von Schweden oder ein Prinz von Norwegen mit einem Linienflieger angereist? Ich muss das nochmal betonen, das was unser Kobold uns im Wahlkampf versprochen hat, sie will ja dann in ihrer Amtszeit mit einem Linienflieger unterwegs sein, ja merkt man, mit zwei Flugzeugen und zwar Privatjets fliegt sie meistens. Das können die komischerweise und dann kommt auch noch dazu, dass die irgendwie weniger, ja sicher, die haben sicher auch eine andere Qualifikation im Hintergrund, weil da ist es ja schon üblich, dass da auch jeder was studiert hat und da ein bisschen Ahnung von dem hat, wo er dann die Unternehmen besucht, um da zu repräsentieren, so platt das jetzt auch klingt. Aber vielleicht blamieren die ihr Land weniger. Kann das sein? Also es ist nur so eine Theorie. Und man muss jetzt fairerweise auch sagen, okay, Viktoria aus Schweden war jetzt ein absurdes Tank, aber die wird ja in Schweden auch bejubelt. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich irgendwann mal im großen Stil Videoaufnahmen gesehen habe, dass sie die ausgebucht hätten oder ganz, naja, so wie eben mit der Hampel. Wenn ein Hampelpolitiker aufläuft, was ist denn die normale Reaktion? Ja, die, die man in die erste Reihe vor die Kamera stellt, die grinsen ein bisschen schief, so gute Miene zum bösen Spiel, die eigenen Parteigenossen und dann vielleicht noch irgendwie Dorfvorsteher oder sowas, aber die normale Bevölkerung, die vorbeikommt, da ist meistens nicht ganz so viel Zuspruch da und das mag seinen Grund haben. Und wenn Grüß August in anderen Ländern aufläuft, als oberster Repräsentant dieses Landes, dann wird er da auch selten mit Geschenken behäuft. Also na klar, so auf diplomatischer Ebene von einem Politiker zum anderen gibt es halt mal Teppich oder irgendwas, aber von der Bevölkerung, also was wirklich Wertschätzung und Freude vermitteln würde, muss ja noch was ganz Kleines sein, muss jetzt nicht unbedingt der Privatflieger sein. Das, ich verfolge das auch nicht so genau, ich gestehe es, wenn ihr da andere Informationen habt, her damit. Aber es wäre mir neu und ich denke, das hätten wir mitbekommen, wenn das so wäre, wenn Grüß August in anderen Ländern da mit Freude und Geschenken überhäuft werden würde. Ich glaube, das hätte hier in den Schlagzeilen gestanden. Aber es ist doch eher so, es interessiert keine Sau. und es ist mehr so, der ist halt da. Ja. Da kann man dann schon mal drüber nachdenken, was andere Länder bei ihren Repräsentanten eigentlich anders machen als Absurdistan. Und dann kommt man über kurz oder lang, denn ihr wisst ja, alle Wege führen nach Rom, kommt man über kurz oder lang dazu, ja, die Hampel ist halt peinlich. Ob das jetzt ein schönes Fazit ist oder nicht, lassen wir offen. Aber, was soll ich ehrlich sagen? Wurfgang, das hat jetzt nichts damit zu tun, dass die Viktoria eine Frau ist und der Grüß August nicht. Der Kobold wird auch nicht mit Glückwünschen und Geschenken und Jubel überhäuft. Also es ist ja mehr so, dass sich die internationale Presse über den Kobold lustig macht und ich denke, die Chinesen finden es auch nicht so geil, wie der Kobold da den Außenminister briskiert hat. Da fehlt einfach jeglicher, jeglicher, jeglicher Anstand mitunter auch. Die sind, die sind tölpelhaft. Das sind, das klingt jetzt böse, aber das sind Bauern-Trantel. Nicht, dass ich jetzt Bauern irgendwie abwerten will, überhaupt nicht, aber es ist ja eine Redewendung. Die benehmen sich wie die Elefanten im Porzellanladen. Kein Gespür für irgendeine Situation, so völlig plump und jeder Landwirt wird es besser hinbekommen. Also wie gesagt, absolut nicht falsch verstehen. Es ist einfach eine Begrifflichkeit, die ist unfair, ja, aber sie ist ein beschreibendes Substantiv und kann sich jeder was darunter vorstellen, auch wenn es nicht zutreffend ist, auch wenn es gemein ist. Ein Landwirt hat deutlich mehr im Kopf als der Landwirtschaftsminister. Er hat nämlich Ahnung von dem, was er tut. Aber ich brauche ja, ich muss mich ja der deutschen Sprache bedienen und irgendwelche Begrifflichkeiten verwenden, die auch ein Stück weit ein Bild zeichnen, was nachvollziehbar ist, was ankommt. Ja, tötelhaft, genau. Und dann braucht man sich nicht wundern, naja, dass man sich eben international nur ablamiert. Aber wenn man versehentlich mal Kriege ausruft, so in Straßburg, praktisch in einem Nebensatz, was will man da erwarten? Aber jetzt kommen wir wirklich zum Ende. Haben wir doch wieder etwas länger gequasselt als ursprünglich vorgesehen. Jetzt haben wir es drei Uhr. Ich wollte gerade sagen, gleich drei Uhr, ist aber schon drei Uhr. Jetzt mache ich mir noch was zu futtern. Ich habe nämlich durchaus Hunger, richtig Hunger. Wir haben ja doch einiges getan heute. Und dann sehen wir uns nachher wieder. Nach dem Schlafen wird eventuell von unterwegs wieder eine Einmeldung geben. Ich weiß noch nicht genau, wie das zeitlich morgen ausschaut, weil morgen ist wieder einiges, es steht wieder einiges an, trainingsmäßig. Und da lässt sich das manchmal blöd timen, da mal schnell zu verschwinden, um Nachrichten zu lesen. Heißt also, es könnte sein, dass wir uns dann morgen erst am frühen Abend mit der ersten Meldung sehen und danach dann einen ausführlichen Vlog machen. Vielleicht schaffe ich es vorher, kurz eine Meldung aufzunehmen. Es kommt auf die Nachrichtenlage an. Aber ihr wisst, ich bin morgen wieder drehlingstechnisch im Mittelalter unterwegs. Das muss ich halt für gewöhnlich immer tun. Und am Wochenende ist es momentan ein wenig chaotisch, sodass ich schlecht planen kann, wann genau wir uns sehen. Es hängt von ganz vielen Sachen ab. Ich bin ja nicht alleine beim Training, es sind noch ein paar andere drum rum und dann kannst du nicht einfach in die Ecke gehen oder Video aufnehmen und über Nachrichten reden, wenn die anderen drauf warten, dass man was macht. Logisch. Aber ihr wisst Bescheid. Ihr lasst euch erst mal nicht von der Hampel in den Abgrund treten, hoffe ich. und dann lassen wir den Sonntag auf uns zukommen. Schlaft gut. Na, geh aus. Na, jetzt habe ich daneben gedrückt. Also, Herr Flock will nicht ausgehen. Flock will weitermachen. Flock nicht müde. Ach komm, das muss doch ausgehen.